Mit dem kann man wirklich das aufreißen, kreuz und quer aufreißen, damit man eben diese gemeine Wispe rauskriegt. Eine Mut zur Arbeit, das ist nicht einfach. Reißt man auf, kreuz und quer mit einmal fahren ist es nicht getan. Man muss noch zwei, drei Mal rüberfahren. Dann tief abschwaden, dass alles das, was man rausgeholt hat, auch wegkommt. Wenn das liegen bleibt, boxt es gleich wieder an. Grönland ist da sehr regulationsfähig, auch von diesen Orten. Tief abnehmen und dann mit dem Ladewurm wegbringen und wieder weiter. Kein weiterschwaden, damit da kein Absatz besteht, weil auch da diese Dinge dann wieder anwachsen. Und zum Schluss sehen wir das an. So schaut das Grönland aus, bevor wir es saniert haben. Völlig offen, nahe zu einem Acker. Die guten Arten sind da drinnen. Und da sehen wir dann mit Bodenschluss das Saatgut an und das kann dann schön anwachsen. Dann haben wir wieder einen guten Pflanzenbestand, der dann gut gedönt wird und so weiter. Wir haben da mehrere Saatgutmischungen. Bernhard hat das schon gesagt. Wir haben für extensivere Formen eher DNA, EI, eher für die Mehrschnittnutzungswiesen. Wir haben auch hier die Sorten schon vorgebaut in Richtung Trockenresistenz. Wir bekommen trockene Zeiten. Insgesamt die Natro ist für trockene Standorte verschnitt. Nawai eher für Weiden und trocken. Diese Sorten, die Trockenheide aushalten, sind da bereits drinnen. Wir denken also schon in die nächsten Jahrzehnte hinein, wo wir unser Grönland jetzt auf die Trockenheide vorbereiten. Die Nick, ja, haben wir gemacht, also eher für die Sanierung dieser Mischungen. Diese Mischungen gibt es alle mit Kle und ohne Kle. Ja, es ist der Kle natürlich sehr wichtig, wie der Erik gesagt hat, in Richtung Stickstoff sammeln, in Richtung Protein und so weiter. Die Kurzrasenbeine haben wir natürlich auch zum Nachsagen und diese Bestände aufzubauen. Wie viel brauchen wir da? Manche zählen da 5 Kilo nach jedes Jahr im Frühjahr. Manche, wenn die Löcher größer werden, zählen die 15, 20 Kilo. Und bei Sanierung brauchen wir 20 bis 25 Kilo von dieser Nick und bei den anderen Nachsagenmischungen. Viele, die permanent nach sind und gute Grönland-Bauern sind und sagen, okay, ich möchte das Maximum rausholen aus meinem Grönland-Futter. Und ich brauche weniger Kraftfutter. Die sind eigentlich jedes Jahr 5 bis 8 Kilo da. Und dann haben sie wirklich tolle Bestände. Was hast du das jetzt? Wann sollte man es machen? Im Frühjahr beim Schwitzen, wenn es grün wird, kann man schon mal das machen. Im Sommer, Hochsommer darf man das nicht machen, eher wieder im Spätsommer gegen Mitte. September muss aber das abgeschlossen sein. Ende August in den Berggebieten und in den Grundlagen bis Mitte September zu Ende. Da passen sie nicht im Sommer. Im Sommerlag, wo es heiß wird, sollte man natürlich nicht nach sein. Welche Kosten habe ich da? Das sind die Klonen. 100 bis 150 Beier nachsagen, wenn ich in die Lücke gehe. Bei der Sanierung 200 bis 300 Schilling. Entschuldigung, Euro pro Hektar. Ja, man freut sich auch noch. Das ist ein Wahnsinn. Auch für Schilling auch schon gut, ja. Aber das ist halt etwas mehr. Wenn wir das in Maschinerien kosten, man kann das durchaus auch selber mithöften. Dann kann es natürlich etwas billiger. Das kann man aber über das Futter leicht hereinholen. Wenn man also die Flächen geschlossen hat, haben wir durchaus den Profit im ersten Jahr. Und das deckt also die Kosten, wenn es normal runter geht, ganz gut ab. Und vor allem die Futterakzeptanz ist auch wieder da. Jene, die also wirklich ein Riesenwestenproblem haben, ein gemeiner Riesenproblem. Die Steigerhoffahrt für 400 Kubil Zilo. Und die Tiere wollen es nicht fressen. Das ist kein lustiger Winter da. Und der jeden Tag zirkt wie schlägt. Dichte Beschneide sind gut. Gegen die Fundrautung liefern höhere Erträge, höhere Qualitäten. Das haben wir schon gesagt. Natürlich auch eine bessere Futterakzeptanz. Im trockenen Sommer, und auf dem wir uns einstellen, auch die Grönlandbauern, müssen sie sich auf trockenen Sommer einstellen. Werden die nicht so leicht rausbringt. Die halten durch die Bestände, sind dichter in dem Bereich. Und sie sind vor allem auch tragfähiger und haben weniger Rabenverletzungen, die dann nicht so nicht durchbewegen. Eins vielleicht noch. Wir werden in der nächsten Zeit größere Probleme kriegen in Richtung Rohprote. Grönland produziert in Österreich etwa auf diesen Flächen rund eine Million Tonnen Rohprotein. Grönland ist sicher der größte Rohprotein-Lieferant überhaupt. Ja, nur zum Vergleich, wir pfondieren 6.000 Tonnen Säure. Würden wir da noch 10% rausholen, also 100.000 Kilo noch ein Rohprotein holen, würde, könnte man sofort dort und da, zumindest von einem Vergleich, etwa 50% von Säure einsparen können. Also es muss auch Ziel sein, im Grönland in Richtung Rohprotein noch besser zu werden. Da war keine Frage, um da einzusparen. Und ich bin gleich fertig. Kreislaufbezogene Bewirtschaftung, da haben wir ganz wichtig in dem Bereich. Schöne Bestände, die machen Freude, die machen gutes Futter, auf das, wenn wir hinarbeiten. Da muss man dran sein. Wie der Ackerbauer seine Grönland, seine Flecken super aufbaut, seine Kulturen scheiführt, so ist es im Grönland auch Ziel, aber umso schwierigerweise mit vielen Arten zu tun. Und mit vielen Sorten. Bestes Grundfutter ist die Basis, wie der Erik schon gesagt hat, für die Vielwirtschaft und wir haben tolle Möglichkeiten in Österreich. Wir haben insgesamt gute Grönland-Gebiete, zwar klein strukturiert, aber insgesamt ein gutes Grönland, wo ein Leistungspotenzial da ist, das von Fichtburg gut gut werden kann. Man sollte auch die Bauer weiterhin unterstützen, die Arbeit so optimal zu machen wie bisher. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.